und moin moin willkommen zurück in super smash brus brusapro msr mit eurem pew pew pillow und wir sind hier bei gletscher gipfel so schönes video und wir nehmen die eisklimpos direkt weil metanide haben wir ja schon gesehen wie er so spielt also jetzt kommt die eisklimpos dran sagen wir das mal so okay was seid ihr denn jetzt als wir uns was er und jetzt seid ihr ja so in der art seid ihr ja was war das denn jetzt werden deutsch so im jahr wir spielen ja wieder auf sehr schwer obwohl sich ganze zeit spielen auch sehr schwer wo ich dachte mir ich erzähle es trotzdem noch mal damit ich werde jetzt auch versuchen dass aber dass ich hier mehr rede in dem part und nicht nur mich nicht konzentrieren weil ich konzentriere mich zu viel auf spiel und deswegen rede ich weniger aber da gibt es auch ich glaube das sind auch nur an die stellen wo ich denke das schaffe ich gar nicht da muss ich lieber denken ach scheiße so hahaha alter was ist da denn los warum kommt da also häften versucht ober zu essen danke und baseball schläger was soll das hier ist ja was los komm mal her komm mal her okay ich wär was guck mal her oh ich würde im baseball schläger irgendwie habe ich angst ich gehe lieber nicht zu okay aua was war das denn ohne jetzt geht es wieder los mit diesem fall fixen fluss und ich krieg den ja toll jetzt kann ich wieder warten ach nee ja toll hallo frau na toll jetzt muss alleine hier durchkommen natürlich wie soll ich das denn schaffen aber ich mit diesem du sollst du führen höchst du höchst du ich der höchst nicht was soll ich jetzt machen dieser verfügte arsch so geht es auch gucke ich schaff das hätte ich geschafft wenn ich meine frau dabei hätte aber leider habe ich meine frau verloren die war wieder am jobben gewesen die blöde die tut meine schönen mürn ja meine mürn schön wie soll ich das sagen ausgeben die schockt mir zu viel guck mal ich bin jobben ja wo das sind die küken die pudens alter wagt ist hier aber der hat gewagt doch nein 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 diese fetten hühner da haben die tatsächlich gewagt dem meister hier einfach schön jetzt reicht's guck mal hier ich hab was für dich bevor du mich an hey wo kommen die fetten fischer her haha war wohl nix haha war wohl nix und weg bist du so ja ich hab ihn tatsächlich ohne bombe was viel zufall das war aber jetzt scheiße ja toll die frau ist wieder tot oh die blöde die 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 toll hast du gewagt mich zu hauen hast du gewagt mich zu hauen hast du gewagt mich zu hauen hast du hat das noch geschafft der arsch war wohl nix diese fluss die kotzen mich so ab obwohl ich die ganze nein 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 komisch komisch normalerweise der typ da bei leicht der langsam merkt mich also ich glaube ich hau den zeit kaputt den behinderten flug aber irgendwie sagt mir einer ich soll das ich soll das einfach nicht pass mal auf ach da ist ja gar keiner ah der wollte truf springen ich hab's verhindern können sonst hätte er einfach meine plattform aber da darf das eigentlich gar nicht erst verwenden das ist meine verwendung na toll könnte ich bitte haha oh oh das ist scheiße ja voll in die tür rein wo bin ich denn wo bin ich denn ah hier also ich brauche ja jetzt nicht sagen wo der war die geheime kiste ich sag kiste einfach dazu alter hat der oh ey aua au alter alter ich kotze hier ab alter jetzt sag nicht ich brauche leben ja danke lolli hat mir so viel gebracht ich hätte gerne ein herz gehabt licht an was oh jetzt hat das licht ausgemacht dieser hau ja das war's dieser hau normalerweise könnte ich mit der frau nach drüben jumpen aber mit einer einzigen person funktioniert das nicht so tralalala 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 so jetzt muss ich aufpassen und so da haben wir das schon mal geschafft jetzt muss ich hier aufpassen ja toll man wie asozial hahaha oh das war knapp guck mal ich geh nach oben oh ich bleib stehen hallo ich bin da was kommt jetzt die wagen es doch nicht mich tatsächlich anzuweisen der hat es gewagt ich schieße was 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 wurde das denn ja ich sehe es oh was zu essen bacon und brötchen ja das ist eine gute kombination hörst du jetzt muss ich schnell sein da rein damit damit das hätte ich nicht machen sollen egal und yeah so dann sagen wir mal hier ist wasser äh ne hier ist die geheime zutat für das wasser aber zum glück gibt es hier noch her oh man meine tomaten sind weg so jetzt muss ich aufpassen das letzte leben und der ausgang ist nicht mal soweit ja ok ich bin schon da aua 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 danke das ist noch geschafft das ist noch geschafft lukario so so ok ähm jetzt können wir uns aussuchen zwischen lukario und metanite und ich bin ja einer der tut ja gerne mit jedem spielen da ist es egal mit wem ich spiele ich gewinne sowieso und wenn ich nicht gewinne dann 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 habt ihr ein großes problem ein ein ganz großes hm aber wie gesagt ähm lukario nemer weil muss bein irgendwie so in der art hallo bitte mach mal hin du hast ich bin ja aber dann mal du hast das guck mal ich bin hier und weg bist du dachte ich mir weg mit dir hallo können sie mal bitte kommen ich habe was für dich ja was denn oh ne Der denkt ja tatsächlich, ich hab was. Ey, ich tu mich grad so doof anstellen. Guck mal, ich kann das. Und, und, und. Guck mal, ich hab was. Ey, wo hat der das gewusst? Weg mit dir! Dankeschön. Ah, cool. Da hab ich wenigstens ihn besiegt. Stage gemeistert. Und ich hoffe, wir haben auch alles gefunden. Ja, wir haben alles. So. So, ähm, ja. Ey, wie findet ihr denn das? Es gibt ja den Mega-Lukario im neuen Brawl. Glaubt ihr, dass es ein Smash-Angriff ist? Oder ob das... Es gibt sogar Mega-Klurak. Also es gibt ja schon so einige Dinge. Was glaubt ihr? Kann man den irgendwie... Kann man sich selbst eine Mega-Entwicklung machen? Oder glaubt ihr, es ist ein Smash-Angriff? Und wie lange bleibt das Smash-Angriff, ist auch die Frage. Weil in den Pokemon spielen, Pokemon XY darf man ja... Ich bin nicht zurückverwandt. Und da ist die Scheiß-Angriff. Äh, nee. So, jetzt sind wir die... Die fünf Kollegen da. So. Kein Kirby. Äh, ja doch. Kein Kirby. Jetzt müsste ich normalerweise alle vier gehabt haben. Aber egal. Jetzt müssen wir... So, jetzt müssen wir gegen die Primide. Da oben ist die Anzahl. Aua. Hey, guck mal. Ich bin hier. Oh, ey. Irgendwas hab ich jetzt... Hab ich was verschluckt, oder? Hallo, ich bin hier oben. Danke. Guck mal, ich hab was für dich. Oh. Boah, hätte ich wissen können, dass da so eine Kiste liegt. Weg mit dir. Du bist hier nicht verlaubt. So. Oh, das sind die großen Primides. Oh, der eine ist runtergefallen. Ja, ja. Mach das. Oh, ja. Mach das. Oh, ja. Ich geh runter. Haha. Ich bin oben. Ich bin oben. Oh, da toll. Oh, toll. Einfach da trug. Vielleicht treffe ich einen. Oh, da kann... Oh, jetzt hab ich nicht aufgepasst. Ich hab grad auf die Trophäe... Scheiß Ding. Oh, moana. Du hast gedacht, dass du mich triffst. Oh, da kann ich nicht wegkommen. Aber hier brauchen wir eigentlich gar nicht so aufpassen auf die Trophäe. Oh, da unten. nun auch wieder nicht haha schießt doch ich bin hier unten weg mit dir das war geil nein 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 nicht sterben ich hab's noch geschafft wie geil man wie geil und steht schön gemeistert war aber sehr knapp muss man sagen so schlacht schlachtschiff halbert innen nachdem haben wir noch wird dann natürlich über über 20 minuten grenze sage ich jetzt geht's los was sagt ihr kommt der neuesten kommt das nicht im neuen post raus oder glaubt ihr nicht weil ich glaube eher nicht der ist bestimmt nur für hier aktiv weil so wie hier das ding leider wird der tattel sich nicht freuen wenn der nicht kommt der ist ja ein männlich snake guck mal ne bomb und du hörst du auf mich abzuschießen ja ich glaub mal nicht der kommt der kommt nicht so ja guck dir genau hin hier ist die geheime tür und natürlich gibt es hier auch diese dinge ohne trophäe was blau ist ja hab ich okay gehen wir weiter ja das aber sneaker keine mucke späßbar nicht ich späme erst mal schade ich wollte so eine geile kompo machen guck mal ich erwirb dich was für dich heute habe ich das geschafft ha ha guck mal was ich kann das kann ruhig und weiter geht wo kommt die scheiß kiste her hallo was so ich nehme lukario natürlich jetzt geht's los mit dem ach nee dumm 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 jetzt geht's ähm ähm hier boah was war das denn ey wie ekelhaft ja egal ähm hier wird's cool sag ich euch wenn der lukario schöne hohe prozente hat aber ich bin so schlau und nehme die tomate dann natürlich werden die schneller k.o. lalala hallo 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 und jetzt jütjiv aber ihr seid schöne bälle ich mag blau blau ist ne schöne farbe deswegen also nicht dass ich das wegen lukario jetzt genommen hab wegen der farbe nein die stunde so gehen wir erstmal nach links bevor wir nach rechts gehen hier sind meine hasstgegner aua da hat man's wieder gesehen aua aua ich krieg hier ne kris hier aua na hier hast du was ein geschenk von mir ein stern zeptor ich weiß gar nicht von welchem spiel das kommt aber egal hauptsache der hat nen stern hier hab was für dich ich kann auch schießen ich kann auch schießen und hier schieße ich nochmal und jetzt hörsch links was ha 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 und niemanden getroffen und mein stab ist weg was ist mit dem los oh mein gott 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 eine wand eine wand eine wand verdammt ich bin in einer sackgasse wohin ich zeig dir den weg guck dir das an uah der weg war links und rechts da hast du doof geguckt so so und jetzt zeige ich euch diese geheime tür von hier ich glaube mal viele kennen sie nicht weil die ja geheim ist ist auch so ansicht sagt ach spamer 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 ich spame einfach bis das ding kaputt ist halt das nervt hä ist er jetzt verschwunden einfach so ich hab den doch gar nicht weggeschossen den flu habt ihr das gesehen wie geil ist das ich hab viel energie sterb danke so ihr fragt euch natürlich tue ich jetzt nicht alle steine zerstören und deswegen habe ich das ding immer gefunden aber hier ist eine geheime tür manche gehen einfach direkt wieder weg aber ich weiß auch nicht wieso aua ey das ding muss doch kaputt gehen nicht ich bist du des wohnsins du Hose hallo kennst du mich nein tschüss da hast du das hättest du mir jetzt nicht und greffe da ist ja niemand und ey wieso kriege ich nur sticker ich möchte trophäen ja bitte nee sticker sind schon gut ich glaube mal wenn ich im subraum bin werde ich die sticker dann machen auf die trophäen hier also auf die Leute hier bevor ich in subraum gehe mache ich das vielleicht seht ihr dann den Unterschied ich natürlich nicht ich sehe sowas nicht okay 170 ist cool so natürlich gibt es hier auch ein geheime Puffäen tralalala ich gehe weiter 23 Minuten oh shit was wir sind immer noch nicht da oh danke für die Rettung was war das denn ey oh ein Hammer ich bin Snake und ich nehme den Hammer was ich habe Knoitchen gehört wo ist der denn jetzt hin ich bin hinter dem oh woher hat der das gewusst was für eine Reaktion sein und wir sind da und wisst ihr was ich tue jetzt einfach mal so einen geilen Schnitt machen ihr werdet alles im nächsten Part sehen danke fürs Zuschauen liebgrüße so Pilo und Tschüss hmmm so Pilo und Tschüss